Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 22. Wir sind in der Off-Season. Ich bin hier jetzt im Kader drin, welche Spiele ich verkaufen möchte, welche Spiele ich nicht verkaufen möchte. Niro Muhal wird verkauft, deshalb kommt er in die Reserve. Wuskowitsch. Er hat mich jetzt echt nicht überzeugt. Aber ich glaube, den würde eine Laie wahrscheinlich gar nicht so schlecht tun. Jonas David möchte ich als dritte Option behalten. Ich möchte einen neuen Innenverteidiger, auf jeden Fall. Aber Wuskowitsch wird ausgeliehen, deshalb bleibt er noch hier noch. Wir haben Jan Ra und Wagner Mann. Ich glaube, die rechte Verteidigerposition ist gut besetzt. So, zentrales Mittelfeldspieler. Wir haben David Kinsoli, Reisdol, Gourin, Seri und Salazar. Auf jeden Fall zu viele. Ich denke, Seri wird uns auf jeden Fall verlassen. Vor allem können wir da noch Geld von ihnen einstecken. Deshalb kommt er in die Reserve. Gourin. Zu teuer. Musste ich wahrscheinlich auch verkaufen. Ich muss einfach mit denen schaffen, mit denen, was wir haben. Ähm, ich werde die Gourin hier in die Reserve schicken. So, dann haben wir Kinsomi, Reisdol und Salazar. Also Salazar ist definitiv gesetzt. Ähm, ich wünsche mir dann wahrscheinlich noch einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Ich meine, wir haben hier Ludovid Reis. Ich glaube, den können wir aber auch spielen lassen. Wer uns auf jeden Fall verlassen wird, ist David Kinsomi. Ich werde mir einen neuen zentralen Mittelfeldspieler suchen. Ich brauche so oder so zwei neue defensivere Mittelfeldspieler. So, dann geht es weiter mit außen. Wir haben hier Sonny Kittel und Farid Alidu. Farid Alidu würde ich gerne spielen lassen. Er ist jung, er hat Talent. Aber auf der einen Seite ist Kittel eigentlich unverzichtbar für uns. Wobei, wenn man sich die letzte Saison anschaut, ich meine, so gut war er jetzt auch nicht. Er war auch in Real Life öfters in Kritik. Und ich glaube, dass Amphal mit 29 jetzt einfach seine Zeit beim HSV gekommen ist, wo er uns nicht mehr wirklich helfen kann. Deshalb, auch werden wir uns von Sonny Kittel verabschieden. Bakeri Yatta hat die letzten Spiele nochmal gut ordentlich aufgedreht. Er hat zwölf Tore geschossen. Eine, der immerhin Tore geschossen hat für uns. Deshalb wird er noch da sein. Amad Alidu haben wir ausgeliehen vom Manchester United. Er wird bleiben. Mikkel Kaufmann werden wir verkaufen. Er kommt in die Reserve. Und Manuel Winsheimer würde ich eigentlich auch gerne verkaufen wollen. Oder verkaufe ich Mitrovic? Das wird Mimelsheimer sein. Dann schauen wir mal, was wir so auf Shopping-Tours machen können. Natürlich erstmal hier alle Spieler zum Verkauf anbieten. Ich habe übrigens eine Sache gelernt in meiner privaten Karriere. Du kannst die Spieler hier teilweise in China für richtig gut Geld verkaufen. Wenn ich mir das nur kurz mal aufrufe. Nicht auffällige Spieler. Ich glaube, das müsste hier bei Transfermarkt sein. Okay. Serie trotzdem 3,6 Millionen. Du kannst dir teilweise so viel krasses Geld nach China verkaufen. Und China ist immer ein guter Abnehmer. Ich probiere mir hier mal 1,6 Millionen. Und die bieten 1,6 Millionen. Obwohl nur 1,1 Marktwert hat. So, dann habe ich Imiro Muhaim. Er wird verkauft. 1 Million. 3. Liga. Möchte ihn da jemand? Wienwiesbaden. Ja, Wienwiesbaden. Das würde mir 1 Million interessiert. David Kim Zombie wird verkauft. Ich hoffe, dass wir 1,5 Millionen für ihn bekommen in der dritten Liga. Kassel Lauter und du steigst auf. Du kannst ihn bestimmt gebrauchen. Für 1,5. Windzheimer wird verkauft. Für den hätte ich gerne noch irgendwie 3,5 Millionen. Auch wenn es viel zu viel ist. Umweltstadt. Hast du irgendwie Interesse? Ja, hast du. Und sie wollen einen Angebot von 2,5 Millionen. Aber das habe ich auch schon erwartet. Und jetzt Sonny Kittel. Ja, ich hoffe, dass wir 3 Millionen dann noch kriegen bekommen. Den würde ich nicht gerne jetzt an meinen Konkurrenten verkaufen, weil er doch noch stark ist. Dänemar, wie sie es da auf FC Kopenhagen. Ist nicht interessiert. Midljand. Ist auch nicht interessierend. Brünn, B, E, F. Aber nichts passiert. Also ich würde schon schauen, dass ich ihn irgendwo verkaufe, wo er spielt. Panathikos, Athen. Ist nicht interessiert. Wahrscheinlich, weil er zu teuer ist. Aris, Thessaloniki, äh, ist außerhalb. Pauk, Thessaloniki, auch nicht. Hm, wo könnte ich die spielen lassen? Ne, nicht in Mexikos, ich wollte Niederlande. Wien, Thessaloniki, ist nicht interessiert. Alkma, ist nicht interessiert. Utrecht, nicht interessiert. Okay, was ist mit Groningen? Auch nichts passiert. Verdammt. Okay, die Spieleragentenbeauftragung. Und wir haben Kittel für 3 Millionen. Und was für ein Team ist es? FK Arsenal. Okay, das ist ein russischer Verein. Dann schauen wir noch kurz in die Jugendmannschaft rein. Da laufen auch einige Verträge aus. Und dann haben wir hier noch in unserer Bejugend. Weil ich glaube, in unserer Bejugend, da werde ich mich ganz am Anfang kümmern. Ähm, also, da habe ich jetzt keine Gedanken. Wir haben hier dann noch in unserer Mitarbeiter. Hier bekommt dann alle eine Aufgabe zugeteilt das nächste Mal. Ähm, Co-Trainer werde ich dich hier entlassen. Und einen neuen Co-Trainer einstellen. Tagio Banetta. Das ist doch so nett. Das ist 25. Und Gehalt so, dass es auch akzeptabel ist. Und du müsstest eigentlich normalerweise auch annehmen. Dann gehen wir weiter. Also, Serie 4, 3,6 ist fein für mich. So, Sonny Kittel ist doch mehr daran interessiert. Also, der eine Verein. Auch Ingolstadt unter anderem für 3 Millionen. Aber da würde ich hier halt ungern einen Liga-Konkurrenten abgeben. Deshalb Verhandlungen abbrechen. Aber, und Ural kann ich dich verkaufen. Auch AFK aus Treibien. So, der beste Spieler ist bei uns. Sanje Hoja-Fananas. Mit einem Notendurchschnitt von 2,94. Der beste Jüngste Spieler ist Joshua Wagner-Mann. Mit einem Notendurchschnitt von 3,14. Bester Torschutz ist Alexandra Mitrovic mit 14. Und Tor des Jahres hat auch Mitrovic. Und Lieblings-Fan ist Tim Leibold mit 2,951 verkauften Trikots. Und Spieler des Spiels ist Tim Leibold. Hier sind wir insgesamt siebenmal. So, Sponsor wünscht sich Verlängerung. Ja, das können wir gerne machen. Dann geht's weiter. Es müssten gleich auch Auf- und Abwertungen kommen. Ob meine Spiele besser oder schlechter geworden sind. Genau, da ist es. Auf- und Abwertungen machen wir mal Hurtick. Zuletzt enttäuschend, unzufrieden. Ja, kann man verstehen. Bude mit Reiß hat viel von Mütigungen gelernt. Das ist schön. Für Hanson ein verlorenes Jahr. Wo haben die zweiter Stammspieler? Klara. Romeo um seine Person nervt. Okay. Aber er hat ihm keine Stärke gekostet. So. Ja gut, jetzt kommen nur die von der zweiten Mannschaft. Und das ist eigentlich relativ egal. Ja, auf jeden Fall Ludo mit Reiß hat einen Sprung nach vorne gemacht. Immerhin. So, das ist egal. Talent erhöht und gesenkt. Ach du Scheiße. Geh hier erstmal nach unten. Die ganzen... Ah, da haben wir unseren ersten Abgang. Jean-Michel Seri verlässt uns. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Auch Guara verlässt uns. Kittel verlässt uns. Winsheimer verlässt uns. So, Talent erhöht. Was haben wir? Salazar. Das ist sehr schön. Und Talent gesenkt. David, okay. Gut, zum Glück. Und auch David Kinsami verlässt uns. Miro Moham verlässt uns. So. Ach, hier haben wir. Enttäuschende Gesichter auf der Abschlussseite. Viel zu verhindern wir bisher wohl nicht. Man hört von allen Seiten. Die Veranstaltung ist recht schnell vorbei. Die Spieler müssen nur wenige Atomprogramme schreiben. Und stehen dann betreten herum. Iquiz, Iquiz. Aber es kommen in bessere Zeiten. Ich hoffe. Ich arbeite dran. Ja, deswegen können wir uns mal anschauen, was wir an defensiven Mittelfeldspielern haben. So, defensives Mittelfeld. Alle. Das hier wird eingestellt. Nur beste Position. Und ich hätte auch gerne nur realistische Transfers. So. Und was haben wir hier? Wir haben Diego Demme von SC Neapel. Wir haben Antons da. Aber die sind halt alle so teuer, ne? Die sind so unfassbar teuer. Was für einen Ruf haben wir eigentlich? Wir haben 12,11. Hoffentlich geht der nicht nach unten. Hier haben wir einen Mendy von Leicester City, der einfach eine 76 Gesamtwertung hat. Heute bist du uns zu teuer. Ich meine, wenn ich hier mit dem Finanzstatus anschaue, kann ich hier noch Budgetänderungen machen. Ich kann von sonstiges was wegnehmen, Infrastruktur was wegnehmen. Das kann ich hier auf Transfer drauf klatschen. Und auch nochmal hier von der Reserve kann ich hier irgendwas drauf klatschen. Ja, einmal. Okay, das ist so. Das heißt, ich habe jetzt 18 Millionen an Transferbudget. Okay, das sieht wenigstens besser aus. Also defensives Mittelfeld brauchen wir ja so oder so. Ist nur die Frage, wen holen wir da? Ich möchte gerne wissen. Von Schallenbeck von Paderborn. Er ist 23. Hm. Team von Bakayoko. Aber das ist zu teuer. Wie viel kostet Jiro Demme? 14 Millionen für ein 30-jährigen. Das ist zu teuer. Mendy. Oh. Der ist billig. Kann ich noch drücken? Okay. Der Verein möchte den Spieler abgeben. Für 8 Millionen. Und doch relativ sehr guten Spieler. Geben wir mal das Angebot ab. Und dann würde ich... Wo hatte ich den vorhin? Nicht der Matic, sondern für den anderen. Für den Ron Schallenberg. Ich brauche ja 2 auf jeden Fall. Für 5,7 Millionen. Okay, dann... Als Stürmeroption brauche ich nicht die einzige Stürmerbonne. Ich muss nicht die Innenverteidiger brauchen. Ich muss nicht die Innenverteidiger brauchen. Ach ja, stimmt. Warte. Zukünftige Transfers. Zukünftige Wechsel. Wir haben mal einen Friedrich, der ja kommt. Stimmt. Da brauche ich mir jetzt eigentlich auch über die Innenverteidigung keine Gedanken machen. Warum brauche ich mich nur über einen Linksverteidiger, einen Backup-Gedanken zu machen. Aber jetzt ist halt die Frage, Vertragsstatus weniger als ein Jahr. Jetzt können wir irgendwelche freien Spieler dann holen. Nehmen wir mal einen linken Verteidiger jetzt als Beispiel. Wir haben Kolarov, Ansaldi und Jordan Lukaku. Also ich kenne den. Das sind eigentlich gute Spiele. Wir haben ja mal ein Angebot, noch eine Breite. Du wirst in der Regel spielen. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass er unfassbar viel mehr haben möchte. Okay, wie sieht es mit Ansaldi aus? Ich meine, er ist Eden und Backup. Leibold wird definitiv spielen. Und bevor ich jetzt da noch Geld ausgebe, die ist in der Regel spielen, das ist ein passendes Karriereende. Beim Abstieg, darfst du ihn gerne uns verlassen. Aber er möchte auch zu viel. Vorlarov, du müsstest wahrscheinlich noch mehr haben. Wobei, es geht sogar. Mit dem Gehalt wäre ich sogar zufrieden. Mittelfristig wirst du ja halt nicht. Und wenn du da mit uns einverstanden wirst, ähm, was brauchen wir noch? ZM, was gibt es da noch als Ablösefrei? Und Udenese, Calcio, Tolga, Arslan, ehemaliger HSV-Spieler. Ich kann es bei ihm probieren. Ich glaube, das wäre jetzt einfach ein Wild-Gas. Stefan Istiago. Das wäre jetzt einfach ein kompletter Wild-Gas. Aber Spieler scouten dann doch lieber. Und ins Blickfeld nehmen. Was haben wir dann noch? Was habe ich noch gesagt? L, A. Ja, A brauche ich eigentlich relativ wenig. L, A. Brauche ich noch. Jetzt gibt es da Ablösefrei. Es würde einen Erda Turan geben. Aber der würde uns wahrscheinlich jetzt auch nicht weiterbringen. Hol, George, ein Tep, oh Gott, der kommt ja auch so bekannt vor. Stimmt, bei Wolfsburg war er bei ihm ein Tep. Krass, das ist aber doch so runtergedroppt. Okay, dann hier realistische Transfers. Was gibt es da? Es würde einen Mork Terrain erfahren. Was ist da drin liegen? Doku. Der wäre natürlich krass. Wenn wir den ausleihen könnten. Leihangebot. Ne. Schade. Max gerade ein Scherwinio. Das wäre witzig. Aber ich glaube, ich muss einfach warten, weil ich kein Geld habe. Uwe Vargas. Ey, das ist... Ja, Ablösen wäre schon teilweise echt teuer. Ich glaube, ich glaube, dass jetzt nur mehr ein älterer Spieler uns helfen würde. so wie Janzi und Brahimi zum Beispiel. Er ist 77, er ist 232, kostet nicht so viel. Aber ich glaube, der würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Egal. Jetzt springen wir mal weiter. Jetzt springen wir weiter. Und dann kicken wir mal. Tor schon zu grünen. Die haben wir schon gesehen. Das gute Burgstaller. Torwart des Jahres ist Ralf Fehrmann. Und das Duell hat Sebastian Jung gewonnen. Okay. Arminia Bielefeld bleibt in der ersten Bundesliga und TSV. 1860 München steigt auf. Die könnte ich jetzt für wenig Geld bekommen, aber bringen wir nichts. Deshalb gehen wir einfach weiter. Und da haben wir schon Mordi. Oh Gott. 2,1 Millionen. Es ist natürlich heftig. Nächstes Jahr wirst du mein Kapitän. So, das zeige ich dir jetzt aber. So, für Spieler. Abstieg. Nicht Aufstieg. Anteil am nächsten Verkauf. 10%. Ist mein höchstbezahlter Spieler. Wobei nächstes lasse ich mir raus. Option für Reihen. Option für Spieler. Ein Jahr. Zwei Jahre. Okay. Ist ein Drei-Jahres-Vertrag. Ist ein Drei-Jahres-Vertrag. Boah. Ist es ein heftiger Vertrag. Aber dafür hätten wir auch einen sehr guten defensiven Mittelfeldspieler. Ich meine, wenn der nicht funktioniert, können wir ihn ja nach einem halben Jahr wieder verkaufen. Ja, Vorstand steht nicht zu. 2,2. Nein, immer noch nicht. Können wir uns nicht mit dem Handgelden nach oben geben. Pfff. Ja. Alter. Ja, dafür ist der erschwinglich, ja? So. Was tun wir das angeboten und verbreiten? Kolarov. Möchte wahrscheinlich mehr Gehalt haben. Machen wir das so. Okay. Ja. Wir einigen uns. Das ist doch schön. Oh, Mann, wie. 2,1. Bitte. Ja, wir bittet einfach nur annehmen. Ey, das wäre so krass. Jamra. Möchte wissen, ob wir für seine Position verteidigen, wir kommen, dass es auf Verstärkung geplant ist. Also für Rechtsverteidiger jetzt nicht. Aber generell in Verteidigung, ja. Und jetzt sagt ihr nur Verteidigung. Deshalb sage ich ja. Er ist geschockt. Vielleicht ist mir egal. Na ja, er lehnt den Wechsel ab, den Moldi. Es war mir eigentlich fast schon klar. Naja, egal. Ähm, wir springen jetzt einfach mal weiter und dann sehen wir uns, wenn irgendwas entscheidend ist passiert. So, da sind wir wieder. Ähm, ich habe was zu verkünden und zwar, ich habe ihn den Stefan S2 Algo Eustachio ich kann den Namen nicht erspielen. Habe ich scouten lassen. Er hat ein 75er Rating, ist Spielmacher, ist näherverstärker und professionell. Kann zwar kein Wort Deutsch, aber er kann Englisch dafür und Portugiesisch. Er ist ablösefrei, kommt er zum Hamburger SV. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Verstärkung. Ähm, außerdem kommen eben noch Rolien Schallenberg. Ich glaube, das haben noch einige mitbekommen und Rolien Friedrich haben ihn schon ganz früh ja geschnappt. Ähm, es ist jetzt noch dazu gekommen, dass Alexander Mitrovic Heimweh hat. Das ist die Frage. Werde ich ihn jetzt verkaufen oder nicht? Schauen wir mal kurz rein, was es hier so alles als Alternativen geben würde. Ähm, habe ich... nicht unter ein Jahr. Okay. Was würde es dann da geben? Wir haben einen Erik Maximenschuppen-Mutting. Wir haben einen Marc Uff. Wir haben hier einen Paulinho. Ich habe einen Edinson-Karvani. Füllkrug, aber da wäre ich geköpft, wenn ich den holen würde. Lars Stindl ist bei Borussia Dortmund. Okay, interessant. Ähm, rein theoretisch könnte ich ihn verkaufen. Ich könnte auch einen guten Ersatz dafür bekommen. Also ein Volker wäre auch witzig. Äh, ist nur die Frage, ob das sich lohnen würde. Ich meine, wir haben ja auch noch einen Hoffmann, wenn man sich das Ganze anschaut. Hoffmann hat aktuell ein... Es sind nur 71. Mitrovic hat dagegen eine 73. Das heißt, ich bräuchte mindestens eine 73, die, wo ich ausgleichen könnte. Dann wäre Hoffmann quasi nur Backup. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Marc Uff. Aber mit 7,5 ist das ziemlich teuer. Das haben wir hier noch. Wie gesagt, cool, guck, ich werde geköpft, wenn ich den hole. Ansonsten sind es auch nur älterer Spieler. Ich sehe irgendjemand, der billiger ist. Ich habe Gregor gestern, mir das auch zu teuer. Eric Maxim Schupupuputin. Eigentlich ihn gerne. Aber er ist ein Ex-Hamburger, darf ich nicht vergessen. Und ich spiele ja aktuell bei Bayern eigentlich keine Rolle. Deshalb würde es wieder Sinn machen. Stindl ist einfach zu alt dafür. 33 Jahre. 33 Jahre. Wenn neu hoffentlich bedenken, wir bekommen Robert Glatzel noch. Aber der ist jetzt auch nicht. Das ist gelbe vom Ei. Was möchten die Firma Goof haben? Zu viel. Eric Maximisch Pumuputin. Gregorisch. Kann ich dich zurückholen? Nee. Was würde es Spieler geben, die ihren Vertrag auslaufen? Slot Don! Das wäre natürlich auch was. Ähm, da gibt es jetzt nicht gerade die besten Spieler. Nee. Es ist zwar hier ein Alfred von Finn Bogersohn, aber ist jetzt auch nicht gerade der beste. Okay, Stürmer werde ich mir auf jeden Fall noch Gedanken machen. Und dann gehen wir weiter. Es ist auch die Fußball-WM jetzt. Bekomme ich noch ein Angebot von irgendeiner Mannschaft? Das wäre cool, wenn ich dann da auch so eine Fußball-Nationalmannschaft leiten könnte. Das wäre irgendwie witzig. Bekomme ich da was? Nee. Okay, das Turnier ist gerade für den vollen Gang. Mitrovic spielt für uns bei der WM mit. So nice. Weiter geht es. Zweiter Spieltag. So, guck mal, wie steht Deutschland? Wo ist die Teil? Gar nicht so gut. Marokko ist überraschenderweise gut. So, nehmen wir das noch mit. Machen wir die WM noch. Muss ich eigentlich auch nichts mehr machen. Eigentlich ist das die ganze Zeit nicht mehr nur simulieren und hoffen, dass es natürlich in der neuen Saison bessert wird. Dazu noch kurz einen Autosave machen. Ypswich nicht. Werden wir nicht verkaufen. So, die Gruppenphase haben wir überstanden. Sergien, Costa Rica, Russland, Elfenbein, England, Dänemark, Kroatien, Spanien, Deutschland und Argentinien, Brasilien und Italien, Österreich und Belgien, Niederlande und Portugal. Und Deutschland gegen die Italien. Ach, die Scheiße. Wow, imagine. Oh, wir haben hier die Top-Talente. Kann ich hier für irgendjemanden abwerben? Vielleicht kein Interesse mit mir zu reden. Vielleicht er hier. Kann sich nicht durchsetzen. Jetzt haben wir hier einen Stürmer, der Sengt nach Talent. Okay, dann tun wir mal nach Mark wieder sortieren. Carlos, hast du Bock? Nee, der hat keine Chance. Ja, hier. Auch nicht. Okay, ich kümmere mich mal. Vielleicht möchte sich da jemand doch spontan zu uns anschließen. So, dann weiter geht's in der Fußball-WM. Deutschland hat sich in der Elfmeterschießen 6-5 durchgesetzt. Da spielen wir dann in der nächsten Runde gegen Portugal. Dann Viertelfinale Serbien, England, Russland, Spanien und Brasilien in Belgien. Warum ich auch früher übrigens gesagt habe, ach, du scheiße bei Deutschland und Italien, weil ich bin deutsch-Italiener. Also, nice. Meinerher steigt eigentlich dann unser Fußball-WM für Italien. Ich habe mal einigen Jugendspielern habe ich Angebote gemacht. Das muss man nur warten, ob sie annehmen. Währenddessen kommt auch Deutschland weiter gegen Portugal und treffen da auf England. Spanien gegen Brasilien im Halbfinale. Werther Schiplock für ein ehemaliger HSV-Spieler wechselt zu Magdebosch und Florian Stritzel auch anscheinend ein ehemaliger Spieler. Das erkennt man hier im Ausrufezeichen. Wechselt den Verein. Also, jetzt dieser Jugendspieler akzeptiert mein Angebot genauso wie der hier. Er bleibt bei seinen Verein. Er kommt zu uns. Er kommt zu uns. Er bleibt und der Rest bleibt auch bei seinen Verein. Ich glaube, es waren auch ziemlich alle, die ich angenommen habe. Meine ich. Halbfinale. Deutschland verliert gegen England 3 zu 1. Spanien gewinnt gegen Brasilien. 2 2 1. Das heißt, Spiel im Platz 3 Deutschland gegen Brasilien und Finale England gegen Spanien. Das wird interessant. Ich kann mir da leider zuschauen. Michael Bravo akzeptiert unser Angebot auch noch. Ich habe mir gedacht, dass ich auch noch für den einen Angebot gemacht habe. Der kommt aus der Quest von Leverkusen. Stürmer. Und hier ist ein Fußball Quiz. Welcher der Vereine spielt hier? Was? Da spielt eine Verein? Panzer? Ne. Oldenburg SV. Okay. Keine Ahnung. Spiel und Platz 3 Deutschland ist immerhin Dritter. Was haben wir hier? Clara. Nein, der wird nicht verkauft. Für dies fliegen gesorgt. Ja, das haben wir immerhin. Schlechte Leistung blieben ohne Konsequenzen. Schade. Sie lagen richtig, dass sie den nicht Abstieg angeknickt haben. Sie gewinnen bei allen Spielen Vertrauen hinzu. Also ich würde ja nur davon ausgehen. Ich absteigen aus der zweiten Liga. Aber man darf nie wissen. Das ist der HSV. Ja, dann will ich einfach sagen, jetzt passiert wohl doch, wir brauchen noch das Finale. Da haben wir das Finale. England schlachtet Spanien ab mit 7 zu 1. Das ist ordentlich. Kann ich mir das Ergebnis anschauen? Ne, kann ich nicht, schade. Aber England schlachtet Spanien 7 zu 1. Das ist krass. So, jetzt passiert eigentlich auch nichts mehr. In der nächsten Folge kümmere ich mich darum, die ganzen Vorbereitungen vielleicht bei einem Transfer zu tätigen. Ihr könnt das in die Kommentare reinschreiben. Jetzt passiert nichts mehr. Es in der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.